ja immer dann versteckt ich weil ich habe mich auch schon versteckt so stream ist online herzlich willkommen leute wir haben jetzt hier kleine aufträge die wir kurz erfüllen und ich habe spaß dabei heute dabei sind bianzen und vivi wie wie kenne ich erst seit heute herzlich willkommen ja was hast du da für eine maske die clowns maske dann gucken wir mal was draußen los ist jede menge glaube ich direkt erst mal den scan raushauen wir haben toten server genau da hinten gab es doch ein boss da ist auch gleich noch ein wahrzeichen ab geht die post die division post ja meter das ist scooby sind da oben irgendwas in den sack stecken alibi loot da was war das er hat dich geschlagen mich getroffen wir sind flankiert sofort ein roter drop die eier nehmen wir mit habe ich noch schlüssel ich habe keine ahnung ich habe keine mehr der 21 schlüssel habe ich noch okay bitteschön danke war nichts drin ja christlich alles ja ja na na ich fange mal von hier unten an aber kann man auch wie viel brauchen wir zehn stück oder was 25 wahrzeichen und zehn busse ok zehn busse in der dark zone zehn busse in manhattan und zehn busse weshalb hier also arbeit wie schnell die runterfallen wie fallobst naja guckst du mal an das sind ja auch eine rote ja sogar ich mache schaden man darf kompetent nicht unterschätzen so da steht sie doch schon die knöllchen dann pumpen wir so einfach voll blei ja komm wir gehen da rein was soll's zack heilung auf dem boden wer es braucht bitteschön mein aiming ist schlecht geworden seitdem ich bc spiele aber leck mich am arsch pc versaut ich das ja pc versaut dich lecker boah ekelhaft aber ich brauche 45 minuten dann geht es wieder ja nimm es einfach da kommt einer hoch aber ein npc ja ich das du hast ihn dematerialisiert was ihn quasi von fest auf flüssig gemacht ja dann gucken wir doch mal was jetzt für die schildbehälter so zusammen kriegen gehen fang schon mal mit der straßensperre an ich komme mit dir ich habe genug division tech fürs protokoll ja ja ich bin im cap da gibt es nichts mehr obwohl ich gerollt habe ich gehe von hinten ich war hier gerade angekesselt war hier eingekesselt ja kann passieren kommt zu mir sonst werde ich angegriffen ja ich bin noch nicht zu dir ja gerade wo er mir zu füßen kommt weiß ja lag ich dir mal zu füßen ja boah alter wie der hüft wie so ein gockel so tschüss tschüss tschüssi koski oh ich habe irgendeinen predator scheiß bekommen ab sofort heißt predator scheiß predator scheiß vorsicht da ist noch ein sniper da oben nicht mehr lange traktiert mich die ganze zeit schon so leute ich bin wieder auf der ps4 plattform danke dass ihr zuschaut sehr gut naja ich komme immer gerne in die gruppe zurück recht so recht so ja ja nicht dass euch was passiert das ist halt die perlenkette formation das muss vernünftig gelaufen werden ja genau aber wir können das auch mit acht mann perlenkette da so ist es nicht multi group genau aber ich freue mich schon auf die raids ne die acht mann raids naja da freue ich mich richtig drauf wir haben ja so viele leute die mit uns spielen oder eben nicht mach das keine ahnung aber ich glaube oh scan ist da komm was soll der schmutz was soll der schmutz komm ja da war es der er hat mich getankt oh warte ich leg dir mal meine kiste hin ok ich mach alleine irgendwas hittet mich er irgendwas hittet mich hart ja irgendwas ist hier irgendwas hittet mich richtig hart das war der dicki ich hab ihn heilung auf dem boden ja so also solche schwierigkeiten habe ich noch nie gehabt was ist hier los haben die wieder hier irgendwas an irgendeiner stellschraube geändert guck dir das an wir haben sie guck dir das nochmal an ich bin fertig immerhin ist die kiste da ich hab nur kein schlüssel ich hab schlüssel hast du schlüssel vivi ok ist eh nur gold drop loot weg damit in meinem sack kommt nur noch elitäres zeug rein kann man auch falsch verstehen kann man auch falsch verstehen jetzt ne wenn man will ja da ich im stream bin kannst du ruhig nicht alles sagen wo seid ihr ihr seid schon draußen draußen ok alles klar ich komme ok guck mal ist es verschwinde Der ist oben, oder? Ja, ja. Ja, Alpha Bridge. So. Nur Schrott. Esser. Zieloptik. Dann können wir ja gleich Aschblaser machen hier. Ich komme konkret. Das geht's. Hallo. Kiste. Kiste. Ich kriege Agro, Alter. Wo bin ich denn schon wieder im Cap? Phoenix bin ich im Cap. Scheiße. Agent. Ibrahim. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Ja, guck mal was er an hat. Wenn er Predator an hat, dann lachen wir ihn aus. Ja, der war alleine, okay. Glaube ich zumindest. Menschenjagd, Jungs. Menschenjagd. Menschenjagd, ja. Die checken gerade. Ah, schade ehrlich mal wirklich viel zu bringen. Ja, aber die normalen, die können ja nix. Der blüppt ja nur noch einmal. Wie die abbauen. Ah, die warten dort. Die ziehen, die ziehen, die ziehen. Ja, ja. Ich nehme mal eine blaue rein. Einer drückt. Ja, unser Schock war klar. Wow, 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 wow. Jetzt kommen sie hoch, das ist gut. Jetzt ist auch mal Benji da. Keine Chance, Alter. Keine Chance. Die campen, oder? Ich sehe die nicht mehr, aber deren Goal ist noch da. Nee. Ja. Geh mal die verlorenen Sachen wiederholen. Wie 콘까지t? Wie gehört das denn? Wie geht es denn? Ach, das ist ja ein bisschen. Wie geht es denn? Wie geht es denn? egal wo du jetzt hingehst du wirst mann hands haben aber macht ja nix ist das ein spieler hier hier ist ein spieler ja der ist reingegangen Achtung Gefahrenstufe normal ich habe das Zeug das ihnen das Leben rettet Division 2 wird das pvp ja ganz anders werden kein facetank mehr kein facetank viel strategischer hoffentlich hoffentlich ach komm ich mach auch mal ins stream an macht man an läuft ich bin ich schreibe also schon 8000 ich weiß nicht aber irgendwas liegt hier auf dem boden das ist das ist es doch irgendwas voll sagt er mir ich guck mal die taschen nach also bei stoff bin ich am cap nicht auch für nichts würde ich könnte es passt noch und bei waffen sets bin ich auch am cap genauso wie bei zieldaten und direktive aufklärungs da ich habe phoenix 8000 alter ich bin im cap ich weiß nicht wie das geschafft habe was wahrscheinlich über die kiste was vorher schon am cap oder ich weiß nicht ich glaube ich ja war habe vorher schon geht ja schnell sondern geht mal geld ausgeben im winter war scheiße also im sack aber ich muss gleich auf dem pc rüber wandern willst du denn da dann spielstil weiter versauen ja ich musste halt auch andere menschen beglücken so was hole ich mir denn schönes wahrscheinlich irgendein unsinn kram oder doch die kiste für 25 stimmt das hört sich da am plan an dann bist du auch nicht mehr am cap ach guck mal eine abholung hier gleich in der 3 wer ist das bloß oben in der 9 sind sie auch am farmen arsenal ist weg gewächshaus ist weg die 7 wird auch fleißig abgefarmt sie ist alle nest und die opa und ab 5 ist das pit gemacht so ich komme wieder zurück mein phoenix abholen der da auf dem boden rumlungert das ist wir haben von nachschub abwürfen erfahren aber sie sind in der dark zone gelandet irgendetwas geht davor aber ich weiß nicht genau was eins ist sicher sie sollten da sein bevor andere den nachschub in die finger bekommen egal was es ist ich glaube nämlich es sind weder nudeln noch decken also los agent wir kommen ich glaube wir könnten mal hochreisen oder habt ihr irgendwas wertvolles nein ich habe nichts dann spring mal einer und was machen wir nach oben gerade von mir dann von mir dann Jo! Jo! juhu ich kann mir selber beim spielen zu das funktioniert werden ist manchmal irritierend aber es funktioniert wo fangen waren am besten gleich hier ja mach mach ich habe gerade das deck markiert das deck ist ja gleich hier vorne das können wir eben schnell machen seil hoch und dann da war was ich brenne ja wieder nein so nicht wo ist noch einer ist da Ach, Welle. Kiste ist hier vorne. Ist aber weg. Gepanzerter Feind in der Nähe. Da ist er. Oh ne, das ist ein anderer. Na, wo ist denn noch einer? Gebiet gesichert. Ah, jetzt. Jo. 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 Jonas Römer Wo 25 Wart so ich in Säubern ist echt schon. Arbeit. In welchem Zeitraum müssen wir das machen? Das war eine gute Frage. Was kriegt man hin? Jeden Tag ein Wahrzeichen. Das kriegst du hin. Das ist nicht schlimm. Ah, das war schnell. Das ist nicht schlimm. na ja das ist doch gut wenn wellen kommen so ging es zwei busse dahin ist noch einer mehrere ab 1 k k Gepanzerter Feind in der Nähe. Na, wo sitzt du denn wieder? Da hinten, bei Vivi. Na. Jo. Ja, die sind durch den Tunnel runter zum Abholplatz in der 8. Ja. Mir ist der Loot eh egal. Äh, der Loot ist... Genau. Der Loot ist vollkommen... Hm? Ich hab noch gar keinen Loot mitgenommen. Ja doch, ich hatte was mit, aber das hab ich durch das Springen verloren. Ach, da hatte ich nur Alibi Loot. Hm. Jo. Dito... Endlich kein Schnee mehr, ey. Ab März. Ja. Stimmt. Gibt's Sonnenschläge? Wie soll ich denn... Ja, da soll auch Natur irgendwas von der Natur irgendwie was kommen. Naja. Bestimmt. Regen und Sturm und Wind. Ah, gibt ja auch Dschungel, das ist ja schon mal ganz cool. Mhm. Gibt's bestimmt auch Dschungelfieber. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ne, komm her. Oh. Oh, ein versiegelter Behälter, den nehm ich nicht. Gebet ist sicher. Wie haben wir jetzt? Ah, musst du gucken. Guck, mach schnell. Gib dir Deckung. Äh, das hat sieben. Wow. Mhm. Und... 18 Bosse in der DAX ohne Mische. Gut. Guck mal, der nördliche Tunnel ist wieder da oder wir machen erst das Gewächshaus. Ah, machen wir das Gewächshaus. Äh, läuft schon. Na. Mhm. Ich glaub, er kann auch jetzt nicht zurück in die Party, ne? Du hast ja geschlossen. Theoretisch kann er. Ja. Ah ja, stimmt, wenn du einmal drin warst, ne? Kannst du wieder rein. Mhm. Ach ja, Playstation. Aber ich schick, ich schick ihn gleich noch mal ne Einladung. Hm. Vielleicht will er ja mit seinem Freund reden, kann ja auch sein, weiß es nicht. Äh. Warte mal. Wartet mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. ich kann ihn nicht einladen mein fernseher zeigt mir gerade einen scheiß an den ich gerne soll ich mal kurz markieren nope kiste ist da ich habe kein schlüssel versiegelter welter ob division dann noch gespielt wird wenn du schon 2 da ist dann kannst du wenigstens mal in ruhe durch die darkzone obwohl wir bestimmt noch ein paar spielen ja ich brenne er auch und exo glückwunsch eine goldene rhino das hat sich ja wieder mal gelohnt mit der grönen rhino also unglaublich ja ich hoffe nicht dass du ein haus bekommst weil die hier rauszuschleppen wird schwierig da mache ich mich nicht mehr bange vor allem abholen ja ich werde sterben hier stirbt keiner doch ich h gibt dir gleich leben ist gleich da naja ich habe ja noch eine doofing spritze für den fall der fälle hier vorkauf hier war was ist eine kiste nix nix und gar nix sind wir hier unten alle verbleibenden nachschublieferungen nicht mehr verfügbar in 30 sekunden na dann wollen wir weiter na dann wollen wir weiter update nachschub ist nicht mehr verfügbar ja das mit den 10 bossen in der darkzone ist es ja einfach witz ja wahrzeichen es geht eigentlich auch ne ja und draußen dann im pve bereich bosse töten da machst du drachen horat hast du gleich genug und dann du drachen wo geht und dann das ja aber so schwer sind sie doch nicht dachte es wird schwieriger oder irgendwie langatmiger oder also 25 wahrzeichen klären wie lange braucht man dafür ganze zwei drei stunden schaffen wenn ich das machst genau so den hat zermatscht da oben ist aus nächste welle ja bei mir die sind mir direkt auf den kopf gesprungen beinahe auch oben einige kontakte näher kommt immer nicht nur seke open wir werden auch flammenwerfer bekommen hast du gehört granatwerfer flammenwerfer auch also feuer mäßig ja es gibt ja die chemie werfer der dann da ist mit dem ganzen chemikalien scheiß ja maske des stürmers versiegelter welt alles klar der disco steht hier noch geht wahrscheinlich zu seinem kollegen oder alles klar alles klar viel spaß bis später alles klar bis später hier liegt noch die vision tech weiß brauchst du nicht nicht mehr seit heute wir sind ganz kurz normalen überheilung 11 von 25 haben wir jetzt was gibt denn das division schild risiko und diesen division schild behälter ok ok zehn bosse haben wir hier schon naja lassen wir eine abholung machen und ich habe einige behälter können wir sogar hinten machen so warte mal ich hänge mich mal ins seil und guck mal eben wer alles online ist das kannst du ja gar nicht wenn du am seil bist auch geil nix da cheaten nix da er kommt abholungen zu zweit die abholung rufen je ok ein spaß man hat sind auch irgendwo ohne naja zeit ist keiner da ist zu früh doch kinder sind da aber damit wollen wir jetzt erstmal nichts machen abholung rufen ich geh mal hier rüber naja ich mach mal hier hinten hin schütze weg ich habe elf wahrzeichen von 25 ja ich auch sind nur noch 14 darkstone die 10 10 von 10 haben wir schon ja weiß gar nicht wie viele bosse sind das auf der boss rum sind auch 10 ne mehr 12 14 so ungefähr so eine boss runde dann hast du das auch nur noch die ab ist zeit obwohl die sind ja auch schnell gemacht tja ich habe ein zuschauer in meinem stream herzlich willkommen schönen dank fürs zuschauen super ja es bin wahrscheinlich ich selber ich habe zwei ich bin es nicht die zuschauer zahlen werden enorm steigen wenn division 2 oder anthem gespielt wird so wie sieht es denn aus hier bergung zieht ab in 47 da sollten wir langsam mal anfangen ja mach du mal ich habe ja nichts im sack wäre ich schon und ich habe die ganzen npcs ich gebe dir leben hängen an hängen an naja ach die ja jo und aufräumen jo sind alle gold warum ja die sind von oben runter gekommen muss auch nicht warum komisch die wollen es doch wissen ne ich gehe mal rauf weil der ist tot dahin ist noch einer wie der mich trifft von da ist ekelhaft beute gesichert super was stürmer sachen waren drin ne von denen ja eine maske ja bei stürmer habe ich auch glaube ich schon dreifach oder ich könnte mal langsam position gebrauchen ich auch das straßensperre ist ja hier vorne folge mir unauffällig ich bin dabei und das wird prima wie heißt du denn auch beyanzen oder hast einen anderen namen beyanzen 9581 ok irgendwas stimmt hier nicht wieso wir waren grad nicht am scan zu sehen wahrscheinlich weil die gerade erst gespawnt sind das kann sein ok moment ist es online ich gehe mal kurz in deckung ok ich gehe mal kurz in die 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 die